Ah hallo und herzlich willkommen auf Max Trendler. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid, denn heute haben wir ein Thema, das gerade die Automobilwelt aufmischt, das brandneue Tesla Model 3 Highland. Dieses Modell hat Tesla das ohnehin schon beliebtes Model 3 auf ein ganz neues Level gehoben. Und ich bin hier, um euch alle spannenden Neuerungen zu zeigen und euch einen umfassenden Eindruck davon zu geben, was dieses Fahrzeug so einzigartig macht. Wir alle wissen, dass Tesla schon immer für Innovation steht, doch bei Model 3 Highland sehen wir nicht nur ein Elektroauto. Es ist vielmehr ein Staten dafür, wie die Zukunft der Mobilität aussehen könnte. Was macht dieses Modell so besonders? Warum sind so viele Tesla-Fans begeistert? Bleibt dran, denn ich werde all das in den nächsten Minuten für euch erkunden. Jetzt schauen wir uns zunächst das Design an, denn das Tesla Model 3 Highland hat einige bemerkenswerte Neuerungen in puncto Ästhetik und Ergonomie erhalten. Tesla hat hier offensichtlich das Ziel verfolgt, nicht nur ein attraktives Fahrzeug zu schaffen, sondern ein Erlebnis zu bieten, dass jeder Fahrt eine besondere Note verleiht. Das beginnt bereits bei den Außendetails. Die Linienführung ist nun noch aerodynamischer gestaltet und das Profil des Fahrzeugs wirkt so geschmeidig und futuristisch, dass man es kaum abwarten kann, hinter Steuer zu steigen. Ein interessantes Detail ist die Überarbeitung der Scheinwerfer, die dem Model 3 Highland einen ganz eigenen, fast schon aggressiven Look verleihen. Für viele Tesla-Fahrer ist das Design nicht nur eine Frage der Optik, sondern es geht auch darum, wie man sich im Fahrzeug fühlt. Tesla hat es geschafft, den Fahrern das Gefühl zu geben, dass sie ein Fahrzeug der Zukunft fahren und das ohne übermäßig futuristisch oder unzugänglich zu wirken. Die Sitze sind extrem komfortabel und jedes Detail im Innenraum, vom Lenkrad bis hin zu den Bedienelementen, wurde optimiert, um dem Fahrer eine noch intuitivere Bedienung zu ermöglichen. Viele von euch fragen sich vielleicht, ob das Fahrerlebnis beim Model 3 Highland tatsächlich so unterschiedlich ist. Ich kann euch sagen, ja, das ist es. Tesla hat sich hier wirklich darauf konzentriert, das Gefühl einer luxuriösen Fahrt zu vermitteln und das zeigt sich in jedem Aspekt. Das Model 3 Highland gleitet sanft über die Straße und gibt dem Fahrer das Gefühl, dass das Fahrzeug wirklich Teil von ihm ist. All das wurde so gestaltet, dass sich das Fahrerlebnis unvergleichlich anfühlt. Es ist ruhig, elegant und dennoch aufregend. Jetzt kommen wir nun zur Technik, einem Bereich, in dem Tesla bekanntlich immer Maßstelle besetzt. Beim Model 3 Highland hat Tesla nicht einfach nur die bestehende Technologie übernommen, sondern ist einen Schritt weiter gegangen. Ein Highlight ist natürlich der Autopilot, der so ausgelegt ist, dass er dem Fahrer eine völlig neue Art der Unterstützung bietet. Der Autopilot wurde aktualisiert und ist nun noch präziser und reaktionsschneller, was bedeutet, dass man sich wirklich sicher und unterstützt fühlt, besonders auf langen Fahrten. Das Tolle am Autopiloten und an den Fahrerassistenzsystemen ist, dass sie dem Fahrer helfen, sich zu entspannen, ohne dass er die Kontrolle völlig aus der Hand geben muss. Es ist diese Balance zwischen Assistenz und Kontrolle, die Tesla so gut hinbekommt. Und wenn wir über das Infotainmentsystem sprechen. Es wurde so konzipiert, dass es den Fahrern Zugang zu all den Funktionen gibt, die sie für ein vernetztes und konfrontables Erlebnis benötigen, sei es Navigation, Musik oder die neuesten Updates direkt von Tesla. All das ist nahtlos in das Fahrerlebnis integriert und trägt dazu bei, dass das Model 3 Highland sich wie ein Fahrzeug der nächsten Generation anfühlt. Es lassen wir doch auch die Stimmen der Tesla-Besitzer zu Wort kommen, die das Model 3 Highland bereits ausprobieren konnten. Was wir von vielen unserer Zuschauer und Tesla-Fahrern hören, ist die Begeisterung über den Komfort und die Ruhe, die das Highland-Modell bietet. In ihren Erfahrungsberichten sprechen sie davon, wie das Model 3 Highland sie auf tägliche Pendelfahrten begleitet und dabei ein ganz besonderes Fahrgefühl vermittelt. Ein Zuschauer schrieb uns zum Beispiel, Max, das Model 3 Highland hat meine Erwartungen übertroffen. Es ist nicht nur ein Fahrzeug, sondern ein Erlebnis. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie Tesla es schafft, Fahrzeuge zu entwickeln, die den Alltag erleichtern und gleichzeitig ein Gefühl von Luxus vermitteln. Ich glaube, das ist ein Grund, warum so viele Tesla-Fahrer so positiv über ihre Erlebnisse berichten. Sie fühlen sich nicht nur sicher, sondern auch inspiriert und motiviert, das Auto bei jeder Gelegenheit zu fahren, sei es für den Weg zur Arbeit oder eine lange Reise am Wochenende. Für viele ist das Model 3 Highland nicht nur ein Transportmittel, sondern ein Teil ihres Lebensziels geworden. S-Tesla hat in den letzten Jahren eine klare Vision gezeigt, eine Zukunft mit elektrischen Fahrzeugen für alle. Mit dem Model 3 Highland geht Tesla einen weiteren Schritt in Richtung dieser Vision und macht die Elektromobilität für eine breite Zielgruppe noch attraktiver. Max Trendler ist immer auf der Suche nach den neuesten Innovationen und Entwicklungen in der Elektrofahrzeugwelt. Und ich kann euch sagen, das Model 3 Highland ist ein Fahrzeug, das nicht nur für Tesla-Fans, sondern für alle, die an der Zukunft des Autofahrens interessiert sind, von Bedeutung ist. In einer Welt, die immer mehr auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein setzt, zeigt Tesla, dass ein Wechsel zur Elektromobilität möglich und sinnvoll ist. Das Model 3 Highland ist ein starkes Zeichen dafür, dass Tesla weiterhin an der Spitze der technologischen Entwicklung steht und gleichzeitig seine Vision von einer umweltfreundlichen Mobilität Realität werden lässt. Es ist faszinierend zu sehen, wie dieses Modell die Grenzen dessen, was ein Elektroauto leisten kann, neu definiert. Es und damit sind wir am Ende unserer Reise durch das Tesla Model 3 Highland angekommen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder bei Max Trendler dabei wart und uns auf diesem Ausflug in die Welt der Tesla-Innovationen begleitet habt. Was haltet ihr vom neuen Model 3 Highland? Ist es eurer Meinung nach die Zukunft der Mobilität? Würdet ihr dieses Modell selbst fahren? Lasst uns gerne eure Gedanken und Meinungen in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr keine Updates über die neuesten Innovationen und Entwicklungen in der Welt der Elektromobilität verpassen wollt, dann abonniert Max Trendler und aktiviert die Benachrichtigungen. Ich freue mich auf eure Kommentare und auf unsere nächste spannende Episode. Bis bald!